Das ist DS380, das ist unser Mini-ITX-Gehäuse und das ist mehr Funktion als ein Speicher, weil es gibt dann 8 SATA-Hardswap-Base und das ist mit FSFX-Nestteilen zu funktionieren und die User können diese Tür zumachen und schließen und das auch mit unserem Positive Pressure-Design, damit keine Durchfall kommen und damit diese Gehäuse können länger arbeiten und diese Produkte kommen erst am Ende dieses Jahres.